Lucy Wonkova, das ist der Saisonauftakt in Deutschland. Letzte Woche haben Sie schon mit MSV im Pokalspiel gegen Högan Neuhindorf drei Tore gemacht. Wie war das nach einer Saison, in der Sie viele Blessüren hatten? Ja, ich muss sagen, ich bin schon hier zwei Jahre und dieses erste Jahr war ein bisschen schwer für mich, weil ich spreche nicht so gut Deutsch und alles war schwer. Ja, jetzt ist alles neu, ich bekomme von dem Trainer eine neue Aufgabe, ich bin Kapitän und ja, alles ist gut. Waren Sie überrascht, dass Sie Kapitän sind diese Saison? Ganz, ja. Ja, und was ich muss nur sagen, ich bin ganz überrascht, ich habe kein Wort zu tun und ich bin einfach der beste Kapitän für die Mannschaft sein. Das ist ein Challenge auch, um Kapitänin zu sein. Ja, genau. Heute haben Sie gespielt gegen Essen, schweres Spiel, Derby auch. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja, ich weiß nicht, es ist schwer, aber wir spielen nicht so unser Spiel. Das war ein bisschen nervös und ja, wir bekommen einfach zwei Tore, aber ja, einfach ein bisschen Glück, Tore und wir hatten nicht so Glück. Und ja, schade, aber ja, erstes Spiel und ja, wir müssen weiter. Sie geben die Assisten für das erste Tor von Jennifer Oster, 1 zu 1. Ja, das war, ich glaube, das war ein guter Assisten und für Jennifer war ein bisschen, nein, einfach, aber sie hat ein schönes Tor gemacht und das ist wichtig. Wie geht es weiter mit MSV, weil nächste Woche, es geht zu Frankfurt. Ja, klar, wir haben ein bisschen schweres Spiel, aber ja, Spiel ist, ja, jedes Spiel ist anders und wir müssen siegen. Sie sind auch in der tschechischen Nationalmannschaft für Frauen. Sie haben gegen Estland gespielt. Und in den nächsten Wochen auch Interline-Spiele? Ja, wir haben auch, wir haben schon letztes Spiel, wir haben schon keine Chance, aber wir haben Spanisch und ja, wir probieren auch Sieg, aber das ist auch schwer. Und was ist dein Ziel oder in Zukunft mit dem Frauenfußball? Ja, mein Ziel oder mein Ziel ist einfach das Beste sein für die Mannschaft, viele Tore machen und ja, ich will mit MSV, wir sind jetzt Überraschmannschaft und wir müssen ein bisschen noch mehr Arbeit, aber ja, ich hoffe, das nächste Spiel ist besser. Okay, viel Glück, danke schön. Danke.